Hallo Leute und herzlich willkommen zur 61. Folge von Running Red. Wir sind wieder schön dabei nach dem Desaster vom letzten Mal und dass ich jetzt endlich rausgekriegt habe, was die eigentlich wollen. Echt ätzend. So, egal. Wir packen jetzt ein Stück Wolle in den Altar und ignorieren einfach die letzten 10 Folgen, in denen ich daran gekämpft habe, rüber in diese andere Welt zu kommen. Ist ja alles nicht so schlimm. Hier, komm, ein Stück Wolle, bitteschön. Was mir aufgefallen ist, was ich vorher ehrlich gesagt noch nicht wusste, ich habe mich ein bisschen mehr mit Blood Magic noch auseinandergesetzt, man kann Effekte auf die Rüstung machen, wie zum Beispiel jetzt hier mit einem Phantom Bridge Effekt. Dafür braucht man diese Siegel. Kann man zum Beispiel hier ein Siegel auf Phantom Bridge, wo ist es da, mit einbinden und wenn man das gemacht hat, kann man grundsätzlich, dafür braucht man diese Blood Shards, kann man grundsätzlich den Effekt auf der Rüstung haben, was natürlich eine echt coole Sache ist, aber auch unheimlich komplex und wir können es nicht mehr auf die Rüstung machen, die wir hier haben. Was ziemlich blöd ist. Das wäre nett, wenn man es im Nachhinein noch ein wenigstens mit reinbringen könnte. Da gibt es bestimmt irgendein Mittel und Weg, also wenn ihr die Möglichkeit kennt, wie man das macht, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Wow. Aber erstmal gehen wir unsere Quests voran hier. Ach so, noch ein Enderplan zieht und hier diese blöde Cotton Mist Zeug, ey. Ah. Wenn wir jetzt gleich den Dream River haben hier, was wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, haben wir den Vorteil, dass wir wahrscheinlich auch zu normalen Zeiten rüber in die andere Welt kommen. Ich glaube, es gibt nämlich die Möglichkeit, über Magical Mirrors die Welten miteinander zu verbinden und über Portale und ähnliches. Das muss ich mir allerdings auch nochmal angucken. Das heißt, wir können wahrscheinlich die andere Welt zum Farmen nutzen. Die Frage ist, ob das so ohne weiteres funktioniert oder eher nicht so. Hi. Dream River of Nightmares. Manual Detect. Wir kriegen 30 Ice Needles und 30 Beer of Sleeping. Damit können wir jetzt quasi auch rüber dann. Und wir kriegen keine weitere Quest freigeschaltet, sondern müssen die Burns mal Skin machen. Schade, ich dachte, wir kriegen die jetzt freigeschaltet, aber wir brauchen wahrscheinlich beide. Okay, grundsätzlich. Ein Dream River könnten wir eigentlich jetzt hier irgendwo in der Nähe aufhängen, genau. Und wenn wir jetzt einen Brew of Sleeping nehmen, das muss ich jetzt ausprobieren, kommen wir nicht zwingend in einem Albtraum raus. Aber schön, dass wir gleich wieder hier mitternächtlich unterwegs sind, finde ich ja super. Und ich finde auch den Weg hier nie wieder raus. Ich hatte mir doch irgendwo eine Treppe gebaut. Ach komm schon, das ist nicht dein Ernst. Aber ich habe noch die Pickaxe. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir nehmen jetzt ein bisschen Holz mit, damit wir uns noch eine neue Pickaxe bauen können. Und basteln uns einfach nochmal so hoch. Warum man auch immer unterirdisch wieder rauskommen muss. Das ist einfach unglaublich. Ach ja. Theoretisch könnten wir uns hier sogar alles gönnen. Also wir können uns jetzt hier auch Eisen holen und ein Eisenpackaxe machen und ein Schwert und was weiß ich. Wir haben in dieser Welt jetzt quasi hier Bewegungsfreiheit ohne Ende. Was halt schade ist, dass wir nichts mit rübernehmen können, die anderen. Aber schön, dass man... Ja, toll. Es hat sich gelohnt. Wir gehen hier direkt weiter. Mit den Icy Needles kommen wir auf jeden Fall immer wieder raus hier. Und wie man sieht, wir sind auch relativ weit oben schon. Und wenn wir hier zu... dass zumindest nichts Großes durchkommt, aber wir noch wissen, wo wir langen müssen, wenn wir nochmal in der Höhle landen. Boah, meine Stimme versagt heute schon wieder völlig. Blöde Sache. Gut, ja, dann wuseln wir mal schnell nach oben. Wir hoffen, dass Tag ist und alles gut und so. Ja, ich muss eine mit der Hand. Zack, ploppen sie. Super. Komm schon! Ich mache mir einfach eine neue Pickaxe. Und wir haben ein paar Früchte. Das heißt, wir können eventuell auch wieder hocharbeiten. So viel Zeug hier, ne? Zack, zack. Und... Zack, zack, zack. Neue Pickaxe. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, jetzt hier überhaupt unterwegs zu sein. Obwohl die... Das Cotton-Zeug ist ja an sich gar nicht so schlecht. Und grundsätzlich sollte die Überlebenschance eigentlich relativ hoch sein. So. Zack. Zack. Ich will nämlich gerne mal in dieser Welt ein bisschen rum vorwerken hier. Ich höre Hühnchen. Wir sind also fast oben. Oh, bitte nicht. Kohl. Kohl. Ja, es ist Tag. Wir sind dem Albtraum entflohen. Ah, schön. Hier ist eine Fackel. Das heißt... Oh Gott, ich war Tatsache gar nicht so weit weg von meinem anderen Eingang. Dann können wir jetzt mal ein bisschen hier umgucken. Also grundsätzlich können wir halt nicht viel mitnehmen von hier. Die Welten sind sehr, sehr, sehr restricted. Das ist beabsichtigt, weil... Schaut euch um. Ich meine, im Endeffekt können wir jetzt hier das übelste Erzlager aufbauen. Oh, und so viel Cotton. Ich habe das letzte Mal nicht gesehen oder war ich einfach blöd? Ich weiß nicht, ob man Disturbed Cotton nur im Nightmare bekommen kann, aber den normalen Cotton kriegen wir auf jeden Fall hier. Und wie ihr seht, auch ohne Ende. Also 17 Stück, mal eben. Usage. Damit kann man diese Fanciful Threads machen. Und die brauchen wir. Fleetfruit. Ironarm. Vesting. Charm of Fanciful Things. Ich glaube, das Ding hier erlaubt uns, Sachen mitzunehmen. Witch's Ladder ist ja auch interessant. Okay. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen von dem Zeug hier einsammeln. Ganz gemütlich in der Welt. Wir könnten uns im Grunde hier auch eine Hütte bauen und keine Ahnung was. Dass wir quasi in der Nacht geschützt sind. Aber das ist am Anfang jetzt noch gar nicht so mein Plan. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich dann zu dem Spot zurückkomme, wo wir rausgekommen sind. Irgendwann. So. Squeaky. Was haben wir hier für Blumen? Bluebells. Die bringen uns auch nichts. Wir können halt nichts mitnehmen. Wir können halt nur dieses blöde Cotton-Zeug mitnehmen und alles, was sonst so Witchery-technisch unterwegs ist. Da ist noch Cotton. Wenn ich vorhin nur ein bisschen mehr eingesammelt hätte. Na ja, okay. Dann hätten wir immer noch an diesem blöden Ding gearbeitet. Wie doof. Und hätten nichts davon gehabt, weil wir nur ein Stück Wolle brauchten. Verdammt, ey. Das ärgert mich schon. Ganz übel. Muss ich dir zugeben. Ach. Okay. Kann man doch wieder anpflanzen. Aber wahrscheinlich nicht nur auf der Welt hier. So. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon effektiv brauchen. Ich meine, die nächste Quest im Questbuch ist ja anscheinend, da sehe ich ja nicht, haha. Das Cotton-Zeug auf jeden Fall. Wir könnten hier so viel Zeug machen, ne? Wir könnten unsere Quests ja auch hier drüben erfüllen, grundsätzlich. Wenn wir hier ein Questbuch machen, müsste das ja auch gehen. eigentlich gar keine so schlechte Idee. Hier könnten wir im Grunde alles haben, ne? Also, wir sind ja wieder auf einem normalen Planeten. Wir müssen halt alles neu aufbauen, aber ja, mein Gott, kann man ja grundsätzlich. Wollen wir mal das hier? Dafür brauche ich mal ein String. Das heißt, wir müssten... Wir könnten eventuell ein String bekommen, indem wir einen Baum entfesten. Das ist... Das ist... Ich glaube, darüber denke ich mal in Ruhe nach. Was bist du hier? eine Potion plant. Die kann ich ja eh nicht mitnehmen, verdammt. Bleibt es jetzt eigentlich immer Tag in der Welt? Ich weiß es nicht. Wir könnten hier einfach eine Basin stellen, eine Runde durch die Gegend mit Eiern. Das ist Barley, oder? Ja. Wir könnten uns hier eine schöne Grundbasis aufbauen, ein bisschen Versorgung und alles, Essen. Hier sind noch normale Kottenpflanzen. Und könnten hier in aller Ruhe dafür sorgen, dass wir problemfrei leben können. Hallo, Hühnchen. Wunder C. Wow. Ofen. Ein Raw Chicken reinhauen. Können wir jetzt hier noch mehr Chicken holen? Ich meine, hier lässt sich doch leben. Chicken. Chicken. Und vor allem, guckt euch das mal an, was es an Hungerkeulen bringt, ne? So, komplett voll. Nice. Hier gibt es haufenweise Bärenbüsche, das heißt, wir können uns hier Bärchen pflücken. Ja, keine Ahnung, was er damit bezweckt hat. Ich denke nicht, dass das Öl, oder? Ist das Öl? Ich glaube, ich schwimme da gleich mal, beziehungsweise, warum sollte ich schwimmen? Wir können ja hier einen Baum abfällen. Wir können uns ein Boot bauen. Wir können so viel machen. Endlich mal nicht mehr auf dieser blöden Sky Island Dingstour hier unterwegs. So. Wir wollen jetzt hier noch eine Crafting Table hin. Ach, das geht ja nicht. Verdammt. Außer natürlich, wir finden Holz, was ist das hier? Silver Bellwood zum Beispiel. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Mehr Holz. Tiger Leaves. Ich mag die Welt hier. Das ist jetzt so schön entspannt. So. Jetzt gucken wir gleich mal, ob das da drüben Öl ist. Oder was auch immer das ist. Was bist du? Okay. Keine Ahnung. Moment. Das kriegen wir raus. Ähm. Null. Waila. Äh. Liquids. Visible. Öl. Schatzsache. Das ist alles Öl. Wir können uns also hier auch richtig... Hm. Warum sollten wir die Quests weiter verfolgen? Wir können hier leben. Wir haben hier Essen. Wir können uns hier Öfen aufstellen. Wir können hier Energie produzieren. Hm. So, okay. Ich nehme jetzt hier den Cotton noch mit. Und dann gehen wir mal wieder rüber. Das ist so traurig. Man ist hier so ein bisschen... Ja, es ist so ein bisschen wie das Paradies. So, wie stelle ich jetzt hier hin? Was wir eventuell noch machen könnten, ist, äh... eine Kiste hier hinstellen. Man könnte jetzt mit der Zeit halt dafür sorgen, dass hier, äh... so die Grundressourcen sind, ne? Weil im Endeffekt das, was hier alles im Inventar ist, können wir nicht mitnehmen. Das Einzige, was wir mitnehmen können, ist das Cotton-Zeug und die... und die... und die, äh... Icy Needles. So. Ein paar Fackeln. Dann machen wir gleich noch ein paar neue. Sticks. Sticks. Ich glaube, es war nicht ganz im Sinne des Erfinders, was ich hier mache. Aber hey. So. Zumindest hier irgendwo im Umfeld ein bisschen geschützt. Gut. Ja, dann, äh... einmal zurück. Ah, hier ist nachts. Sehr schön. Kurzes Bettchen. Ja, und dann, äh... Und dann, äh... müssen wir wohl die Weather umbringen. Sonst können wir hier echt nichts mehr machen, ne? Das ist die einzige Quest, die jetzt noch offen ist. Aktuell. Also, es sieht so aus, als wenn ich noch Cotton besorgen soll. Ich könnte jetzt hier, ähm... die anderen, äh... die anderen, äh... Dreamweaver bauen. Genau. Der hier müsste im Grunde dafür sorgen, dass wir Sachen mitnehmen können. Ich würde gerne so einen Charm haben. Und wissen, ob... wie die funktionieren. Charm of Fentiful Things. Dafür brauchen wir nur einen. Okay. Ich kann die doch. Vier Stück. Im Spinning Wheel. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauchen wir noch... ein String und... Odor of Purity. Ein String. Und... Purity, da haben wir es. Oh, ist ja süß. Das bewegt sich sogar. Fentiful Threads. So, dann brauchen wir Sticks. Stickies. Acht Stück. Charm of Fentiful Things. Muss ich den irgendwo hinhängen oder so? Ne. Neh. Nehme ich anscheinend mit. Und ich denke mal, dass der erlaubt uns Sachen mitzunehmen. Das kriegen wir aber in der nächsten Folge aus. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir gerne ein Like da. Und, ähm... Auch Kommentare zum Thema Witchery und so. Weil, ähm... Im Grunde wäre es total sinnvoll, jetzt alles darüber zu verlagern. Und dann da weiter zu arbeiten, weil es halt einfach einfacher wäre. Aber gut, das kann man sich dann angucken. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann. Ciao.